ja hallo freunde herzlich willkommen ein gesundes neues jahr an dieser stelle und ich begrüße euch ganz artig zu meinen kanalnews im januar 2015 mit zweiwöchiger verspätung ja was ist passiert und zwar ist meine festplatte gequascht so dachte ich am 25 dezember war es also am ersten weihnachtsfeiertag ein kleines bonbon zu weihnachten mein motherboard sprach also mit mir in form von drei pieptönen einmal lang zweimal kurz wie sich jetzt am wochenende herausstellte ich habe leider vorher keine zeit gefunden liegt es also oder lag es an der grafikkarte die hatte also nur ein paar wackelkontakte also insofern alles wieder repariert alles wieder im lot und es kann weitergehen und zwar werden wir also jetzt im januar das siedler 7 let's play beenden und uns ein bisschen auf diablo 2 nebenbei fokussieren da ich aktuell leider im klausuren stress bin wird das alles ein bisschen unregelmäßig erfolgen aber in der nächsten zeit habe ich ja noch die reste von weihnachten zwischen weihnachten und neujahr die werde ich also hochladen wundert euch also nicht wenn da die rede ist von weihnachten und gesundes neues jahr und so ein schnickschnack einfach ignorieren ja das war es also ich wünsche euch ganz ganz viel spaß im jahr 2015 mit mir und verabscheue mich mit einem einfachen bei bei